Ich sag, wie gibt es den Landstab, das ist ein Geburtstag. Brauchst du was vom Bayerfeld? Ich brauch nix, nein. Nein, nein, der Bernd hat natürlich Geburtstag. Der Hochwarte. Jetzt wissen wir's. Ja, morgen und ich, morgen sind wir schon wieder rein. Ja, furchtbar. Ja, der Sommer ist kompletter. Ja, ich hab's schon gesehen, das ist schon das allererste Mal, dass wir hier kommen müssen. Auf den Gehsteig. Ob, auf den Gehsteig. Ja, wie muss die filmen. Auf den Gehsteig, nicht ich. Tschüss. Tschüss. Wer ist das jetzt? Sehr schnell. Ja, ich hab's schon gesehen. Ja, aber dann kommst du in die Staunen rein. Äh, wo ist der Geburtstag-Schnaps? Was ist da los? Ja, aber das, was er da oben gibt. Unglaublich. Dann kommt man zum Geburtstag gratulieren und der haut ab der Hund. Jetzt ist er wieder kein hoher Gel drin. Hallo. Jetzt ist mein to go to go weg. Hallo. Und da geht's abwärts. Was geht's? Abwärts geht's doch. Das heißt abwärts. Abwärts. Das wird kleiner. Ach so. Hallo. Hallo. Bis hier drehts nix. Was magst du? Schmeckt's gut? 8 oder 10. Das ist gut. Weißt du wie das heißt? Dreh und trink. Dreh und trink. Danke, Sir. Vielen Dank. Danke. Hier ist eine Bammel im Kreis gekrochen. Die Ustchen. Kommt sie nicht vorwärts. Schmeiss rein. Super. Super. Los Limbani. Pass auf du mit den Autos. Kleiner Schimpanse. Papa. Papa. Ich bin als erstes. Mama. Mama. Ich bin als erstes. Mama. Der Wind kommt. Schnell. 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 Die Oma kann gar nicht so schnell laufen. Bravo. Mama. Ich bin als erstes. Ich bin als erstes. Schnell. 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 Hey Basuka. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Da! Da! Was hast du bekommen? Paradise! Hilfe! Ich sage mir... Nein! Und dann habe ich es ewig schon gesehen und der Fama ist schon raus. Fama ist schon raus! Wie wenn? Du hast dich ja ausgeschlagen. Das ist auch ein Bad. Es ist gar keiner mehr raus. Ey Glen, ist das schlecht! Der fülle Lärm, da wo er durchkommt. Der wird auch stören. Der fülle Lärm. So. Du hast auch einiges telefoniert mit den Hillcons. Ey Glen, jetzt ist sie glaube ich ein Kilo Sushi beim Chinesen. Und dann ist sie 10 Kugeln Eis. Nicht beim Chinesen, aber beim... Wie heißt es? Keine Ahnung. Diese Richtung geht es lang. Du hast dich ja du halt nicht drauf aperture! Guten Appetit! Schau her, das ist scharf und das ist gut. Kannst du was trinken? Schau her, das ist gut. Schau her, das ist gut. Schau her, das ist gut. Ratschlauch, das ist schaff. Ratschlauch. Ratschlauch. Ratschlauch, das ist schaff. Dich ist es, ich habe es. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Also so langsam wird mir klar, warum der Glen und der Basuka so gerne ins Bellaccio gehen, weil ich glaube, der ihnen gefällt eine Bedienung, die ist total schnuckelig, aber ich glaube, dass der Glen und der Basuka zum Streiten kommen werden. Oh, ja! Ah, Basuka? Alles gut? Alles gut? Hey! Oh Gott, oh Gott! Auto!